Nur noch ein paar Tage, dann sind wir weg. Den Hehler treffen, die Ausrüstung verkaufen, fertig. Wenn der Krieg vorbei ist, sind wir bereit. Ah, das ist nicht dein Ernst. Was hat er da? Friedrich Kummer. Er ist auf der Liste. Na los, Becker. Das begreift doch sogar meine Oma. Haha, die würde ihn wohl auch besiegen. Sehr lustig. Was soll ich machen? Ich hole was zu trinken, dann fällt mir schon was ab. Ich bin dieses Bauern, der hier im Land. Lasst uns das gute Zeug rausholen. Von deinem Onkel? Na klar. Adalbert Müller hat mir die Schlüssel da gelassen. Da war mein lieber Onkel wohl ein bisschen zu vertrauensselig. Eine fantastische Idee. Ah, wunderbar. Was machen wir mit dir, Becker? Meine Güte. Oh nein, er ist tot. Das geschṣelt. Heute bin ich leer. Ich bin dein Homebell.